Willkommen im Theater des Westens. Ein Ort mit bewegender Geschichte und Tradition. Heimat bedeutender Aufführungen wie My Fair Lady in den 60ern bis Kudam 56 das Musical. Natürlich auch der Ort legendärer Treffen großer Schauspielerinnen und Schauspieler, Ort der großen Träume und der Faszination Theaterwelt. Aber was nur wenige bis heute gesehen haben, sind die verborgenen Ecken und Winkel des Hauses. So, Orchestergraben. Erst hinter der Bühne, jetzt unter der Bühne. Hier wird Musik gemacht. Mit dem Fahrstuhl fast 20 Meter über die Bühne und von dort aufs Dach. Wir schicken dich erstmal hoch und du musst hier warten. Okay, toll, toll, toll. Hier ist ein Lichtschrank, hier darfst du nicht reinkommen. Alleine im Fahrstuhl, ganz nach oben. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Wir wollten aufs Dach, wir fahren aufs Dach. Natürlich und vor allem besuchen wir das Archiv des Theaters. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass es diesen Ort gibt, oder? Das stimmt, das wissen viele nicht. Viele sind überrascht. Manche träumen davon, dass es solche Orte geben könnte und finden ihn dann auch und kommen dann auch tatsächlich zu mir. Und wir besuchen die wilde Bühne. Sich eben vorzustellen, wie das wohl war, als dann hier Tingle Tangle angesagt war und irgendwelche frechen Lieder gesungen worden sind in den Zwanzigern. Und das ja hier auch eine quasi, ja, so Geburtsstätten des Kabaretts war. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Also, ich bin Timo Butzmann. Ich bin in der Betriebstechnik beschäftigt und angestellt und bin gleichzeitig auch ein Archivbeauftragter. Seit wann bist du da? Seit 1992, 4. Februar. Sweet Charity habe ich hier angefangen als Bühnentechniker Aushilfe. Timo Butzmann hat das eingerichtet, was man heute einen wahren Fundus nennt. Ein Archiv, ein Inventar, wenn man so will, eigentlich einen kleinen Schatz. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass wir zusammen mit Christine von Visit Berlin das Theater und dieses Archiv erkunden. Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, weil ich finde, dass es ein Ort ist, an dem die Dinge, die eigentlich so verschollen gegangen sind, als die Menschen Deutschland verlassen mussten, hier noch gewertschätzt werden und hier irgendwie noch ein Leben haben. Ich denke, es ist Zeit, sich das hier alles mal etwas genauer anzusehen. Ich habe zum Beispiel einen Treppenabsatz gefunden, da war so eine olle Wand und die ist so immer mehr nach hinten so abgerutscht im Laufe der Jahrzehnte. Und irgendwann ist die ganze nach hinten gefallen, da findest du solche, so eine Stahlkugel, die war dann irgendwie da für ein Prontenium, was dann auf einem großen Feld, also so ein Trommelfeld, die ich nochmal bewegen konnte, für akustische Sachen. Also das Ding ist so alt wie das Gebäude, ja. Oder diese Mosaiksteine, die sind aus dem Parsivwaldzimmer, das Parsivwaldzimmer hat Friedrich Holländer zum Beispiel rausreißen lassen 1931. Da findest du auch noch Reste von, ja. Oder hätte ich auch was von Ute Lemper zum Beispiel gefunden. Da steht da einfach nur Lemper drin. Hier ist ja oben auch der Siegesbote von Marathon von Max Kruse, eine Skulptur, Nenikam steht da drauf. Und Max Kruse, wie wir ja alle wissen, war ja mit Käthe Kruse verheiratet. Und da sagt man auch so ein bisschen nach, Mensch, so eine Putte, die sieht ja aus wie so eine Käthe Kruse-Puppe. Wer weiß, ob das vielleicht von ihr sein könnte und so, das weiß man alles nicht so genau, ja. Hat doch viele Geheimnisse, so ein Gebäude. Was mich schon fasziniert, ist alleine auch so ein Plakat, wo der Name Hildegard Knef draufsteht. Also das ist vielleicht jetzt nicht super spektakulär, aber es ist ja trotzdem, das ist aus einer anderen Zeit. Und es war dort und das wurde zu dieser Zeit auch wahrgenommen. Jetzt auch zu würdigen, weil ich früher dachte mir, ja Gott, Hildegard Knef, hier ist das schon. Die Knef ist schon cool. Mittlerweile, aber vor 20 Jahren war sie nicht cool. Das ist sowas für alte Leute oder so. Ja, ich glaub schon, mittlerweile, Mensch, denkst du, wow, Hildegard Knef und so, ja. Ja, da würd ich mit angeben irgendwie auch schon, ne? Also ich find ja, die Kostüme am aller beeindruckend, die sind so Glitzer, Paletten, Brokat. Das ist von Eva Mattes zum Beispiel aus dem Blauen Engel. Ja. Ja, so ein unspektakuläres Kleid. Oder von... Naja, wenn ich damit ins Büro käme. Dann wär das nicht mehr unspektakulär. Oder von Helmut Baumann aus La Cache. Das ist nun wirklich spektakulär. Wie detailliert, wie detailverliebt diese Kostüme sind, wie viel Liebe da wirklich zum Detail drinsteckt. Und man dann so denkt, auf so einer großen Bühne müsste sich das ja eigentlich fast versenden oder untergehen. Aber gerade das macht ja auch so eine Produktion halt aus. Das kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit, da hat hier jemand wochenlang diesen Hut hier geknüpft oder die Paletten raufgenäht, ja. Wahnsinn. Woher ist das jetzt? Das ist, glaub ich, von Cabaret. Also ich hab da mehrere noch von, die sind hier in so einer Tüte noch mal... Hast du Knäf aufgehabt? Nee. Ich glaub, ich hab eine andere Rolle gehabt. Von hier hab ich leider nichts, kein Kostüm. Alles gut, macht nichts. Von Margot Hitscher hab ich hier, glaub ich, ein Hütchen. Weißt du, was das älteste Stück ist hier im Raum? Ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, diese Bauteile sind die ältesten Stücke. Es gibt zum Beispiel ein Stückchen Tapete aus dem Saal, das ist richtig was Original-Altes. Oder auch das Parsival-Zimmer, ja, also das ist auch richtig alt. Ansonsten hab ich zu Hause noch ein paar ganz alte Programmhefte, die hab ich jetzt gar nicht hier. Aber das sind die ältesten Exemplare, so diese Bauteile komischerweise, ja. Und was schätzt du so ungefähr, aus welcher Zeit? Na ja, aus der Gründerzeit, 1896, ist das Parsival-Zimmerstand hier, genau. Am 1. Oktober 1896 ist das Theater eröffnet worden. Es ist davon abgesehen, wir haben das noch gar nicht so beschrieben, aber es hat auch ein bisschen Wohnzimmer, ne? So Charakter ist es eigentlich, wie in einem guten Altbau ist es so dieses Bibliothekszimmer oder das Flügelzimmer. Ja, ein bisschen ist es so. So eine Stimmung hat es hier so. Gibt es für dich etwas, wo du persönlich sagst, so, das hat eine besondere Bedeutung für mich oder so? Ja, das sind so Kleinigkeiten, die ich noch selber erlebt habe. Zum Beispiel das Ding, was da an der Wand ist, das leuchtet auf und da steht Feuerwehr, Technik, Orchester, Chor, Statistik und Ballett drauf. Das hing jahrzehntelang in der Kantine hier. Und jedes Mal, wenn da ein Teil dieses Kästens aufgeleuchtet ist, also zum Beispiel Technik war ich ja früher, da muss ich auf die Bühne gehen zum Arbeiten. Und das hängt ja jetzt immer noch und leuchtet dauerhaft. Leuchtet dauerhaft, genau. Und alles leuchtet auch. Ach so, und wenn die Feuerwehr geleuchtet hat, da war irgendwas auch nicht in Ordnung. Genau, da ist die Feuerwehr hochgelaufen. Das Ballett musste nach oben. Also gleichzeitig hat es nie geleuchtet. Vielleicht zum Schluss, wenn dann alle nach oben mussten. Ich bin so positiv überrascht, dass das so aufgeräumt ist. Wenn du Archiv irgendwo hörst und das über so einen langen Zeitraum, dann denkst du so, es könnte auch ein Dachboden sein. Und viele Sachen gar nicht zugänglich. Und man weiß einfach nur, dass sie irgendwo sind. Aber hier sieht auch alles so zugänglich aus. Also so überlegt halt. Ja, ja. Das ist so gewachsen auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Das wird einem natürlich auch ermöglicht. Diese Räumlichkeit ist auch nicht selbstverständlich. Das muss man auch mal sagen, ja. Eigentlich sind wir doch hier direkt neben der Bühne fast. Also die ist ja da. Und es ist wirklich wie so ein kleiner Ort. Die ganze Geschichte irgendwie des Ortes ist hier versammelt. Und man kann sich so rein vertiefen. Man kann sich die Plakate anschauen. Vielleicht auch mal reinhören. Und eben diese ganzen Namen. Also auch die ganzen großen Namen, die in diesem Haus waren. Also das fängt ja schon in den Zwanzigern an, wer hier alles ein- und ausgegangen ist. Wen hast du noch so hiermit erlebt? Ich meine, 30 Jahre sind ja auch schon eine relativ lange Zeit. Es gibt also sehr komische Situationen. Das ist mir nach ihm, nein, in der Vorbereitung war es mir auch ein bisschen so aufgefallen. Also da gehst du zum Beispiel an die Pforte, gehst ganz normal zur Arbeit. Dann steht ein älterer Herr und denkst so, sag mal, wer kennst denn den? Ist das mein alter Musiklehrer? Nee. Ist das ein Verwandter von dir? Also du hast irgendwie so einen Zugang und fühlst dich irgendwie auch verpflichtet, weil du den ja kennen könntest. Aber er kennt dich nicht, ja. Na gut, dann gehst du rein, dann gehst du den Techniker auf den Traum. Kommen alle an. Sag mal, hast du gesehen? Greg Rübeck steht vorne an der Pforte. Weißt du, so irgendwie. Dann denkst du, was? Stimmt, das war der ja vorhin, ja. Das war während dem Filmfestspiel. Da war er mal hier, glaube ich, 93 oder so. Genau. Das weiß Christine sowas, genau. Das weiß ich genau, weil ich ihn ja nämlich nebenan im Zoopalast gesehen habe bei der Sonderaufführung zu To Kill a Mockingbird, bei der halt auch noch Billy Wilder da war, um jetzt nochmal den Bung zu schließen. Denn der war ja hier auch mal zu Gast hier an diesem Haus und ist ja auch so eine Berlin-Ikone. Ja, Billy Wilder steht plötzlich vor dir, weil er sich verlaufen hat, die Bühne nicht gefunden hat. Eine Aufregung hier, alle wollen was von mir. Wo geht's denn hier zur Bühne? Steht da hinten irgendwo in der Deko-Werkstatt plötzlich. Und ich so, kennst du doch. Und du weißt von gar nichts vorher, ja. Danke für diesen Einblick hier. Sehr gerne, immer wieder gerne, ja. Wir gucken uns das Gebäude noch an, aber ich glaube, wir schließen uns erstmal mit einem deiner Schlüssel das Archiv wieder ab. Für diesen wirklich besonderen Raum gibt es übrigens keine festen Öffnungszeiten, aber sie können gerne vorbeikommen. Aufs Dach nehmen wir sie jetzt ganz exklusiv mit, denn diese Tür öffnet sich in der Regel nicht für Besucherinnen und Besucher. Okay, hinter den Kulissen, unter den Kulissen und jetzt über den Kulissen, glaube ich. Und nach vorne hin. Wow, okay, krass. Wir haben Schlüssel, ne? Okay, also das stimmt schon mal zu 100 Prozent, dass du zu jeder Tür einen Schlüssel hast. Zu jeder Tür? Wirklich? Wirklich, fast zu jeder. Es sei denn vielleicht nicht zum Tresor oder weiß ich nicht was, keine Ahnung, aber eigentlich zu jedem Raum, das stimmt, ja. Ist das ein öffentlicher Raum? Kommt man hierher? Nein, kein öffentlicher Raum. Wir sind auf dem Bühnenturm, 26 Meter Höhe, und sind genau über der Bühne. Ja. Es war jetzt auch, also ich erzähl das mal kurz, es war nicht ohne. Für den, der mit der Höhe jetzt nicht, sagen wir mal, so vertraut ist, waren so ein, zwei Stellen dabei, wo ich dachte, okay, krass. Also wir sind so oberhalb der Bühne lang gelaufen, oder? Auch ein Stück weit. Ja. Und wie viele Meter sind das bis runter? Ja, das sind vielleicht schon 20 Meter, 18 Meter bis runter. Also wir schauen rüber auf den Kurfürstendamm, wir sehen die Gedächtniskirche. Da auf der einen Seite winkt der Fernsehturm, auf der anderen Seite der Funkturm. Also es ist wirklich toll. Wir wollen jetzt so ein Stück weit auch was zu dieser besonderen Architektur sagen, dieses Hauses. Eine Mischarchitektur, sage ich jetzt mal so. Was kannst du uns dazu sagen? Ich glaube, dass das immer sehr liebevoll aussieht und sehr interessant. Aber ich denke, oder weiß es auch, dass der Architekt, also der Gründungsvater Bernhard Sehring, sich das alles so einzeln gekauft hat auch. Der hat gesehen, Mensch, guck mal, da gibt es noch vier Löwen, die bringe ich mal aus Rom mit, da gibt es so etwas Ähnliches. Das will ich hier ja auch haben. Also der hat so alles rangeklebt und hingestellt, was es so gab. Und auch diese Figuren wie der Max Kruse oder die Perseus-Gruppe, ja, es ist schon so eine Ritterburg auf jeden Fall von außen, so vom ersten Blick. Und das passt überhaupt nicht in die Umgebung. Es ist schon ein sehr aufgefallenes Gebäude hier, ganz klar. Das Interessante ist ja auch noch, dass der Delfi-Palast ja auch von Bernhard Sehring ist. Also der selbe Architekt, der selbe Eigentümer ursprünglich, der das im Mai 1928 dann auch eröffnet hat. Eigentlich wie so ein kleines, wie soll ich sagen, so ein kleines Las Vegas. Also hier ein Theater, da so ein Tanzpalast, was ja auch erstmal nimmt dran, ein paar Wohnungen, auch noch einen kleinen Tanzpalast, eine Küche. Also es war immer irgendwas Sicheres da, ja. Entweder wurde getanzt oder man ist ins Theater gegangen. Also es gab immer Mieteinnahmen irgendwie auch, um sich zu finanzieren letzten Endes, ja. Das ganze Viertel, ja, also Charlottenburg war ja wirklich auch so ein Gegenpol zum Osten. Könntest du diesen Gedanken kurz erklären, also wie das gemeint war auch? Also es ist wirklich der Neue Westen entstanden, sage ich mal. So in der Gründerzeit hat sich das so entwickelt, ganz klar. Da haben die Leute hier günstig sich was gekauft, ein ganzes Terrain, und haben sich daraus einzelne Grundstücke wieder gemacht. Und das findest du überall wieder. Da gab es den Offiziersverein in der Hardenbergstraße, gab es Tatterseele. Also es war so eine richtige Aufbruchsstimmung hier in dem sogenannten Neuen Westen. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, dass es damals eben Charlottenburg war, eine eigene Stadt. Es war noch nicht Berlin, also es war draußen. Hier waren ja auch ganz viele Leute, die in Charlottenburg dann Urlaub gemacht haben, die sogenannte Sommerfrische gegangen sind. Also es war wirklich was anderes und so ein bisschen ist es das ja heute immer noch. Von ganz oben vom Dach nach ganz unten in den Keller. Und was wir dort finden, ist das Theater im Theater, die sogenannte wilde Bühne. Alter Schwede. Manchmal kommen wir in so alte Häuser rein und denken so, wie hat das geklappt, dass das heute nicht mehr riecht wie damals. Und wir können uns ja vorstellen, wie das damals gerochen hat. Also es wurde überall geraucht. Und hier sage ich jetzt mal, ich sage es mal ganz, ganz nett, ist nur ein bisschen wie damals. Es ist ganz genauso wie damals. Es beschreibt auch die Gründerin der wilden Bühne, Trudy Hesterberg, dass sie vor lauter Qualm und Zugerauch, sie hatte wohl einen kleinen Gong geschlagen hat und dann ging die Vorstellung los. Genauso hat es ihr früher auch gerochen. Es hat sich seitdem eigentlich nicht mehr geändert, denke ich. Warum ist denn diese wilde, sogenannte wilde Bühne entstanden? Die ist entstanden, weil das eigentlich ursprünglich im Restaurant Räume waren, Theaterrestaurant mit einzelnen Seelen, Parsifalzimmer und so weiter. Und wie es halt so üblich war in der Zeit, gab es noch keinen Fernseher, noch kein Radio. 1896 fingen hier Leute an, mal was vorzulesen oder mal was auf der Gitarre zu spielen. Und es wurde halt immer mehr, bis dann halt Trudy Hesterberg 1921 dann ihre wilde Bühne gegründet hat. Und ja, ganz tolle Literaten waren hier. Erich Mühsam und Kurt Dochholzki und Bertolt Brecht war hier. Und eine riesen, ellenlange Liste an Besuchern und Autoren, die sich hier verewigt haben. Ich habe noch an einen Holländer gedacht, der es ja dann quasi übernommen hat und weitergeführt hat, bis er dann ja auch ins Exil gehen musste. Irgendwie kann man sich das kaum vorstellen, aber irgendwie ist es toll, so einen Raum zu haben. Sich eben vorzustellen, wie das wohl war, als dann hier Tingle Tangle angesagt war und irgendwelche frechen Lieder gesungen worden sind in den Zwanzigern. Und das ja hier auch eine quasi, ja, so Geburtsstätten des Kabaretts war. Klar, am 7.1.1931 zur Eröffnung des Tingle Tangle Theaters dann war Marlene Dietrich auch zu Besuch hier. Sie kam extra an mit ihrem Mann. Und sie haben eine Flasche, das Euro überliefert, Champagner-Glycourt getrunken. Die haben den bestellt und bezahlt für 36 Mark. Ich bleibe hier jetzt. Die saßen hier vorne wahrscheinlich hier so in der Reihe. Es gibt auch ein Foto, das ist heute im Filmmuseum zu finden. Also wirklich, ich finde das, das unterstreicht so sehr, was wir auch im Archiv hatten, so dieses Gefühl von, es hat so eine Besonderheit. Und so ein bisschen fühlt sich das hier auch an, es ist fast ein bisschen romantisch hier zu stehen. So krass. Robert von Meiering war hier ernst. Lubitsch kam zu Besuch und hat hier ein paar Sachen mit den Schauspielern ausprobiert, weil er so begeistert war. Also ein richtiges Epizentrum ist dieses Theater, in diesem Theater des Festens gewesen. Ist das so ein bisschen, weil es gerade zusammenpasst, wir bleiben mal jetzt hier im Badezimmer stehen, was man auch hört. Ist das so, was du gerade sagst, ist so, was wir ganz am Anfang hatten, als wir uns im Spiegelsaal getroffen haben, der ja auch so ein Ort war, wo nach der Vorführung oder nach der Premiere vielleicht auch mal der ein oder andere Agent so unterwegs war und gesagt hat so, der Schauspieler könnte interessant sein oder die Schauspielerin oder irgendwas, dass so viel stattfand, von dem vielleicht gar keiner was mitbekommen hat. Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Bertolt Brecht ist hier ganz jung erschienen mit einem Freund zusammen und da wurde dann Trude Hieser gefragt, guck mal, ich habe jemanden mitgebracht, der will mal was auf der Laute, die Ballade vom Apfelböck mal vorspielen und dann hat die dann sagen, guck mal, ist der da irgendwie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, der ist ganz toll und wichtig, der muss hier gesehen werden. Und dann hat sie daran nicht geglaubt und hat dann, soll den Bühnenhandwerker oder irgendwelche Leute eingeladen haben, gesagt, kommt nachher alle gucken, aber bloß nicht klatschen und nicht jubeln, bleibt einfach nur sitzen. Und das war dann gleich für ihn ein Misserfolg, weil natürlich keiner geklatscht, keiner gejubelt hat oder es toll fand und er seine Ballade vom Apfelböck oder vom Toten Soldaten, die auch eine Laute aufgeführt hat. Wenn die Wände sprechen könnten, also hier könnten sie echt viel erzählen. Dann kannst du mich nicht hier reinlassen in die Feier, ich bin nicht eingeladen worden, nur damit ich auch gesehen werde oder so. Ja, also, ach Mensch, dich habe ich lange nicht gesehen und ist mal wieder auf dem Markt sozusagen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, für Schauspieler, Darsteller und auch Musiker und alles, ja, also alle Künstler, ja. Ich finde auch, dass diese Begeisterung dafür halt auch wichtig ist. Wir beobachten ja so viel und da fehlt sowas eigentlich ein bisschen. Und es gibt es aber. Also ich meine, ich muss einfach nur hingehen. Das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen. So, vielleicht kommt auch Marlene Dietrich nicht mehr davor in dieses Zimmer. Aber es sind andere Leute heute so und die haben ein ähnliches Bedürfnis. So, und selbst wenn es dieses, da bin ich einfach, weil ich den getroffen habe oder den oder ein gutes Gespräch hatte oder so, das gibt es halt hier an so einem Ort. Das finde ich total, also das finde ich total cool zu wissen, dass es das gibt. Das ist einfach schön. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sich vieles gar nicht geändert hat. Letzten Endes so der Mechanismen, so Abläufe einfach. Also dieses, dieser Abschluss hier in diesem, auf dieser Bühne, finde ich gerade so faszinierend. Wirklich. Also alles andere auch, aber das. Wir gehen ins Theater des Westens. Das war so, das hat die Christine zumindest gesagt. Aber wir besuchen hier auch hundert verschiedene Örtlichkeiten. Das ist halt so vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, der dieses Haus hier ausmacht. Dass es so facettenreich und so vielfältig ist. Und sicher sind wir an Orte gekommen, wo andere nicht hinkommen, weil dein berühmter Schlüsselbund uns da reingelassen hat. Aber das ist ja das, was das Haus ist. Hat einfach ganz viel Geschichte, ganz viele Geschichten, ganz viele Menschen, ganz viel Zeit, die auch hier vergangen ist. Die Freude auch ein Stück weit darüber, dass es immer noch steht. Und für uns natürlich auch die Freude, dass wir uns das mit dir so angucken konnten. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns auch so viel erzählt hast. Das war meine Freude. Ihr könnt immer wieder kommen und gucken uns auch noch andere Räume an, wenn ihr möchtet. Da haben wir noch was zu tun. Christine, dir auch vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand es auch ganz toll, weil man geht ins Theater, aber heute sind wir wirklich mal unters, aufs, ins, hinter, geklettert, gefahren. Das war wirklich echt beeindruckend. Cool, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Ihr seid immer herzlich willkommen. Vielen Dank.